Herzlich willkommen in unserem Nähzimmer. Wir zeigen Ihnen heute das Reinigen und Pflegen des Bernina B9 Greifers. Um die Stichqualität und die Laufruhe Ihres B9 Greifers zu erhalten, sollten Sie ihn regelmäßig reinigen und ölen. Die Abstände betragen circa vier bis fünf verbrauchte Unterfadenspulen. Trennen Sie die Maschine vom Stromnetz und entfernen Sie den Nähfuß und Nadel. Anschließend entfernen Sie die Stichplatte. Öffnen Sie die Klappe und entfernen Sie die Spulenkapsel. Drücken Sie die Feder nach links und öffnen so den Greiferbahnring. Anschließend können Sie den Greifer entnehmen. Reinigen Sie nun die Maschine mit einem feinen Pinsel. Anschließend kann geölt werden. Verwenden Sie hierfür nur das mitgelieferte Bernina Öl, speziell für den B9 Greifer. Setzen Sie nun auf jeden Filz jeweils einen Tropfen Öl. Füllen Sie in dieses Ölreservoir ein bis zwei Tropfen Öl. Anschließend können Sie die Maschine wieder zusammenbauen. Nach dem Ölen sollten Sie einige Nähte auf Probestücken machen, um das Öl gleichmäßig zu verteilen. Mit regelmäßiger Wartung und Pflege werden Sie lange Freude an Ihrer Maschine haben. Sollte Ihre Bernina klappern, können Sie das Reinigen und Ölen auch öfter durchführen als alle vier bis fünf Unterfadenspulen.